Hey und jeden Sonntag, herzlich willkommen zurück bei CompactPhysics, Alex hier, ihr seid gelandet beim zweiten Teil der relativistischen Quantenmechanik, Teil 1 ist gerade noch offen. Dieses Video haben wir letzte Woche gemacht über die Klein-Gordon-Gleichung, eine kleine Einführung relativistischer Quantenmechanik. Wir sind dann über die Analyse der Stromerhaltung der Klein-Gordon-Gleichung draufgekommen, warum diese Gleichung früher verworfen wurde und eine neue Gleichung, nämlich die Dirac-Gleichung, gesucht wurde. Und wir kümmern uns heute in dem Video nur über die Dirac-Gleichung. Relativistische Quantenmechanik, Teil 2, die Dirac-Gleichung. Wir wollen eine Gleichung haben, die quantenmechanisch relativistische Bewegungen von Teilchen beschreibt. Deswegen brauchen wir die relativistische Energieimpulsbeziehung e² ist p²c² plus m²c hoch 4. Und wir wollen daraus einen Hamilton-Operator basteln und setzen den an. Sehr nach dem Motto, wir wollen schauen, dass wir dann mit h² auf e² kommen. Wir sehen hier p²c². Also vergessen wir mal das Quadrat. Wir haben hier c und p, ein Komponenten, plus einen Koeffizienten Alpha, deren Dimension wir noch nicht kennen. Wir setzen das einfach mit Alpha an. Und hier haben wir m²c², vergessen wir die Quadrate wieder. Wir sehen hier m und c² und einen zweiten Koeffizienten Beta. Das ist unser reiner Ansatz. Was wir jetzt machen wollen ist, wir wollen mit diesem Ansatz des Hamilton's die relativistische Energieimpulsbeziehung bekommen. Das heißt, wir denken andersherum und bestimmen uns jetzt aus dem h²e² unsere Alpha und Beta, die wir jetzt noch dimensionless allgemein angesetzt haben, so dass es herauskommt. Können wir ja machen. Gut, was sehen wir? h². Okay, wir schreiben zweimal den Term hierher und sagen, das ist p²c² plus m²c hoch 4. Wir quadrieren das aus. Wir sehen hier den c²-Terme von den beiden. Wir sehen hier Terme c und mc², ergibt Terme mc der dritten. Und dann sehen wir noch mc², mc², das sind m²c der vierten Terme. So schaut das Ganze aus. Das muss gleichbedeutend sein wie p²c². Wie müssen jetzt diese Relationen entstehen? Wir sehen hier, es tritt auf ein alpha i, alpha m minus alpha m, alpha i. Das ist der Antikommodat der alpha i, alpha m. Und wenn ich jetzt die Seite wechseln darf, sehr gut, dann sehen wir, dass wenn hier das ein halb hier vorne steht, p, i, p, m, c² und hier steht p²c², dann ist dieser Term hier, muss gleichbedeutend sein, zweimal delta i, m, p² haben wir, c² haben wir. Der Term muss mit dem ein halb den Zweier wegkürzen, delta i, m, 1, 2. Gibt genau das, wenn delta i, m, wenn i und m gleich sind. Kommen wir hierher. Gut, weiters, wir sehen hier Mischtherme, alpha i, beta. Wir haben hier aber überhaupt keine Mischtherme. Wir haben auch keinen m, c hoch 3, deswegen muss dieser Antikommodator 0 sein. Klar, dann fällt das weg. Und wir sehen m²c der vierten, m²c der vierten, beta². Beta² muss also 1 ergeben, um diese Relation, so wie hier angesetzt, zu erfüllen. Haben wir also drei Relationen, damit das auch aufgeht. Diese drei Relationen, Antikommodator alpha i, alpha m ist 2 delta i, Antikommodator alpha i, beta ist 0 und beta² ist 1. Und diese drei Relationen sind nur dann erfüllbar, wenn wir die Dimension einschränken. Das Ganze kann schon mal nicht für normale Zahlen funktionieren. Ist klar. Können das 2x2 Objekte sein? Theoretisch, wenn wir nur diese Relationen hätten? Ja. Wir müssen aber garantieren, dass es mit unserer Dimension alle der drei Relationen gleichzeitig erfüllbar sind. Deswegen müssen es minimal 4x4 Objekte sein. Wir wollen sagen, erfüllbar für 4x4 Objekte. Dieser 4x4 ist eindeutig und bestimmt uns dann noch später unsere Wellenfunktion. Das schauen wir uns aber später an. Was ist jetzt zum Beispiel unser 4x4 Objekt? In dem Fall alpha i für die Komponenten i1, 2, 3 wäre diese Matrixstruktur hier. Wir sehen hier die Nullmatrix und hier die Pauli-Matrizen, Sigma i. Sigma i, die Pauli-Matrizen kennen wir, haben diese drei verschiedenen Gestalten. Deswegen haben wir alpha i, sigma i. Beta ist auch 4x4 Matrix. Hier haben wir die Einheitsmatrix, die negative Einheitsmatrix und die beiden Nullmatrizen. Und schon haben wir alpha und beta so gewählt, dass unsere Direktgleichung auf aufgeht. Und deswegen müssen wir jetzt auch schauen, dass wenn wir 4x4 Objekte haben, dass wir auch unsere Wellenfunktion, das Psi, anpassen. Wir werden aus unserer Wellenfunktion einen Spinor basteln, einen 4er Spinor, so wie er hier steht. Psi RT ist jetzt abhängig von Psi 1, Psi 2, Psi 4, jeweils von R und T abhängig. Und das teilen wir ein, diese beiden Komponenten hier, geben unser Psi A, so wie es da steht. Psi A ist Psi 1, Psi 2, das ist der obere Anteil. Und Psi 3, Psi 4, so wie es hier steht, ergibt unser Psi B, dass wir es besser schreiben können. Und unsere Direktgleichung lautet jetzt eben mit unserem Spinor und unseren Relationen für alpha und beta. c Alpha P plus mc Quadrat Beta, Psi RT ist IH-Quer, T nach dt, Psi RT. Anmerkung, Kovarianteform gibt es da natürlich auch. Die ist aber nochmal ein bisschen Rechnung, die habe ich hier nicht mehr draufgebracht. Falls es euch interessiert, können wir das ja auch irgendwann mal noch kurz durchrechnen. Wir bleiben aber bei dieser Struktur und überlegen uns jetzt wieder, wie damals bei der kleinen Bordengleichung, ist das überhaupt eine sinnvolle relativistische Größe? Dahingehend, dass wir auf die Energieimpulsbeziehung auf die relativistische herausbekommen? Ja, natürlich. Aber passt das auch mit der Stromerhaltung, so wie wir es bei der kleinen Bordengleichung schon besprochen haben? Deswegen werden wir jetzt diese kleine Rechnung hier durchführen und zeigen, ja, sie ist eine sehr sinnvolle Größe. Komplex konjugieren von unserer Dirac-Gleichung und von rechts mit Psi multiplizieren. Wir sehen hier, komplex konjugieren. Wir haben hier natürlich, gehen wir mal von da oben los. Wir setzen in die Radgleichung ein P ein, nämlich PK ist minus IHQDK. Und wir kommen von dieser Relation ganz einfach auf diese Relation, einfach mit dem minus IHQC, Alpha K, DK plus MC², Beta Psi ist IHQC, D0 Psi. D0, deswegen, weil wir haben D nach DT, einfach DT schreiben wir als C mal D0. Im Prinzip, D0 ist die Nullte Komponente von Dµ, µ hat vier Komponenten, wäre nichts anderes außer 1 durch C, DT. Wenn wir das C hier rüberbringen, sehen wir, kommen wir auf das. Wir haben einfach dieses D nach DT ersetzt durch das C. D0 steht hier gut. Nichtsdestotrotz, wir konjugieren komplex diese Größe, kommen auf IHQC, Dk, Psi, Dagger, Alpha K, Dagger, MC², Psi, Dagger, Beta, Dagger ist gleich. Und diese Komponente hier, wie gesagt, mit rechts Psi drauf multiplizieren, kommen wir auf diese Größe. Wir haben hier einfach, dadurch, dass Alpha K, Dagger, Alpha K ist, Beta Dagger, Beta ist, kommen wir hier diese Größe mit einem Psi drauf, diese Größe hier rechts mit einem Psi drauf und diese Größe rechts mit einem Psi drauf. Gut, selber können wir machen, wenn wir die normale Diraggleichung hier oben nehmen, wir verwenden sie und werden links mit Psi Dagger multiplizieren, so wie es da steht. Das heißt, wir werden diese Gleichung bekommen mit einem Psi Dagger hier und einem Psi Dagger hier. Diese beiden Größen, die werden wir jetzt voneinander abziehen. Wir nehmen minus IHQC, so wie es hier steht, und nehmen die Variante hier, schreiben sie und ziehen sie voneinander ab. Gut, das dürfen wir ja machen. Das heißt, wir bekommen minus IHQC, minus IHQC, minus IHQC herausgehoben. Das bleibt uns über Psi Dagger Alpha K von hier, dann Dk Psi plus, weil wir ja das minus herausgezogen haben. Und da haben wir noch Dk Psi Dagger Alpha K Psi. Gut, und da machen wir dasselbe. Das Minus wird zu einem Plus, wenn wir es abziehen. Das heißt, wir können Plus IHQC herausheben, haben Psi Dagger D0 Psi. Und da haben wir dann D0 Psi Dagger Psi. Gut, nichts anderes außer zweimal Ableitungsregel. Das Dk wirkt auf Psi Dagger Alpha Psi. Vorfaktoren. Da haben wir Vorfaktoren. Jetzt wieder C D0 herausgehoben, wie vorher, wird er zu DT. Und überbleibt nur mehr Psi Dagger Psi. Und das schaut schon wieder sehr verdächtig nach einer Kontinuitätsgleichung aus. Kontinuitätsgleichung, so wie wir sie kennen, lautet DT Rho plus Nabler J Vektor ist 0. Haben wir das hier in dem Fall, okay? Wir haben hier die Struktur, wenn wir das noch rüberbringen. DT Psi Dagger Psi. Psi Dagger Psi wäre unsere Dichte Rho. Und Nabler C Psi Dagger Alpha Psi, unsere Teilchenstromdichte, unser Teilchenstrom J. Okay, das ist gegeben, unser Teilchenstrom. Schauen wir uns an, wir haben letztes Mal gehabt, dass mit der Dichte das Problem, dass damals die Dichte bei der Klein-Gordon-Gleichung nicht positiv semidefinit war. Ist das hier der Fall? Ja, ist es. Wie sehen wir das? Rho ist immer größer gleich 0, also positiv semidefinit. Rechnen wir es uns einfach aus. Psi Dagger Psi, wir haben Vierer Spinoren. Das heißt, Psi Dagger, Zeilenvektor, Stern, Psi 1 Stern, Psi 2 Stern, Psi 3 Stern, Psi 4 Stern, mal dem normalen Vierer Spinor, ergibt uns genau dieses Psi 1 Quadrat, Betrag Psi 1 Quadrat plus Betrag Psi 2 Quadrat plus eben bis zum Vierten. Und wir sehen, alle diese sind entweder größer gleich 0, somit ist alles größer gleich 0. Und positiv semidefinit, traumhaft, es funktioniert alles mit dieser eben angesetzten Dirac-Gleichung. Und ich habe es letztens in der Kommentarsektion gelesen, mit der Dirac-Gleichung, wir können da Teilchen und Antiteilchen zum ersten Mal erkennen. Ich meine, wir sehen schon, wenn wir uns das E Quadrat anschauen und es lösen, wir kommen auf E gleich plus minus die Wurzel, P Quadrat C Quadrat plus M Quadrat C hoch 4. Und wir sehen da irgendwie negative Energie. Negative Energie, zu wem gehört das? Wir sehen das jetzt hier später aus der Dirac-Gleichung. Die negativen Energie werden zu Antiteilchen-Zuständen gehörig sein, positive Energien zu Teilchen-Zuständen. Aber wie kommen wir drauf? Wir werden jetzt einfach einen Spezialfall anwenden, nämlich die Dirac-Gleichung, dadurch, dass es eine sinnvolle Relation ist, können wir es in einem Spezialfall ja mal kurz ausrechnen. Wie kommen wir auf einen Spezialfall, wie wir uns gleich sehen. Nämlich für den Spezialfall P gleich 0. Wollen wir aber allgemein bleiben und sagen, C Alpha P plus M C Quadrat Beta Psi, I hat Wert T nach T Psi. Okay, und wir setzen jetzt unseren Vierer-Spinor Psi A, Psi B, eben diesen reduzierten auf zwei Einträge, die jeweils wieder zwei Einträge haben, ein. Kommen wir auf diese Matrix-Vektor-Multiplikation und auf das Gleichungssystem, was hier steht. Das ist ein gekoppeltes Gleichungssystem. Sehen wir, wir haben hier Psi B und hier unten Psi B spielen ineinander ein. Falls wir aber jetzt den Spezialfall P0 haben, dann wird dieses Gleichungssystem automatisch entkoppelt. Wir sehen hier, in dem Fall führt das dann hierher, weil wenn P0 ist, fällt einmal das Ganze weg. Wir können das umstrukturieren auf das. Gut, und das, das können wir lösen, das haben, wenn wir eine Anfangsbedingung eben, nämlich Psi A ist Psi A0 oder Psi B für R und T gleich 0 ist Psi B0. Na gut, das dürfen wir ja machen. Mit dieser Anfangsbedingung können wir es auf Ebenewellen runterbrechen, das Problem, und sehen, dass das Psi A, was von R und T abhängig ist, nicht alles, dass eine Anfangsbedingung mal E hoch minus IH quer M C Quadrat T ist, dass Psi B, Psi B0 mal E hoch IH quer M C Quadrat T unterscheiden sich mit einem Minus und einem Plus. Und das sind zwei Gleichungen. Jeder dieser Gleichungen hat zwei linieunabhängige Lösungen. Wenn wir uns die anschauen, kommen wir eben darauf, dass wir einerseits aus der Dirac-Gleichung Teilchenzustände erhalten, dass wir in dem Fall dieser hier und dieser hier jeweils aufpassen. Hier Eintrag unseres Vierer Spinoirs hat hier im Fall im ersten Eintrag ein Einser, sonst nur Nuller, oder im zweiten Eintrag ein Einser, sonst nur Nuller bei den Teilchenzuständen. Die Antiteilchenzustände sind immer im dritten oder jeweils im vierten Eintrag ein Einser. Die E-Funktion unterscheidet sich durch ein Vorzeichen im Exponenten. Und das wäre die erste Herangehensweise für Teilchenzustände oder Antiteilchenzustände aus der Dirac-Gleichung. In dem Video habe ich mich bewusst darauf beschränkt, eher die Vorgehensweise zu besprechen, wie wir die Dirac-Gleichungen haben, und nur sehr wenig auf Teilchen- oder Antiteilchenzustände einzugehen. Falls das in einem Video gefordert wird, sehr gerne, ich kann das gerne noch besprechen, einfach unten in die Kommentare schreiben. Ich hoffe, ihr habt heute wieder etwas über relativistische Quantenmechanik gelernt. Und sonst sehen wir uns nächste Woche wieder bei einem anderen Thema. Bis dahin, stay compact!